Hallo liebe Freunde von der Konzert LWD. Ich habe es geschafft. Ich bin bei den Schillertagen 2021 in der NTM Arena. Ihr seht hinter mir schon die Plätze. Draußen sehr limitiertes Publikum. Hinter mir die Bühne, Henny Herz. Und das ganze Gelände sieht alles ein bisschen anders aus als vor zwei Jahren, wo es hier terrassenförmig angelegt war. Ja, heute Morgen und am Sonntag sind jetzt drei Tage Schiller. Das war bisher immer nur Freitag, Samstag, Sonntag Konzert. Und dann ist es auch schon wieder vorbei mit der 2021 Ausgabe bei den Schillertagen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es heute wird am ersten Abend, wo ich mal hier bin. Hier mal der Überblick über das Festivalgelände, wie es aussieht vorne an der Bühne. Und nebenan am Platz vorm Theater. Und dann geht es ja noch um die Ecke rum, wo es dann hinten eigentlich zum eigentlichen Eingang für das Gelände geht. Im Theater selber gibt es ja gar nichts. Keine Veranstaltung, beziehungsweise alles nur online übertragen. Und draußen aus der Arena gibt es dann verschiedene Punkten, was zu sehen. So, dann geht es auch gleich los mit dem Henny Herz Konzert. Und ja, es sind ja noch zwei Abende, Samstag und Sonntag, wo es auch nochmal von der Pop-Akademie Konzerte gibt. Morgen ist Enter Name und am Sonntag ist Serial. Dann schauen wir mal, dass man dann die Schillertage mit den paar Konzerten gut über die Mühle kriegt. Dann schauen wir mal, dass man die Schillertage mit den Karten hat.